Als ich im weißen Krankenzimmer der Charité aufwachte gegen morgen zu und Janse hörte, wusste ich, es ist besser. Schon seit geraumer Zeit hatte ich keine Todesfurcht mehr, da ja nichts mir die fehlen kann, vorausgesetzt ich selber fehle. Jetzt gelang es mir, mich zu freuen, alles Amselgesangs nach mir auch. Ich wusste, dass ich nach dem Zeit nicht mehr Angst hatte, weil ich nichts mehr kann, wenn ich mich nicht mehr verabschiede. Jetzt wollte ich mich für alle Merely singen, vor allem und nach mir. Speriamo di rivederci molto presto Viva Enerlo!